jo moin moin das opa hier eine runde tft zocken schauen wir mal was wir hinkriegen und was nicht kloppte ich direkt um alles was ihr kriegen könnt eine spielte assassin ja er ist auch gar nicht so schlecht aber den bekommt man meist nicht höher als level 1 deshalb mit dem ersten stellen level 2 oder er wird verkauft wird man sehen wir haben deren kreaturen schläger deren kreaturen schläger behalte ihn behalte ihn nicht ja 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 na was ja ja Na, das war schon mal. Zwei Ritterhumpel, die haben aber wirklich einen kleinen Bonus. Den haben wir. Ich höre nur noch drei zum abgeben, ruhig vier. Dann wirds doof. Dann kommt sie rein. Den nehmen wir auch noch mit. Zauberer umbauen. Einer? Da hat irgendjemand das Spiel nicht so ganz verstanden, glaube ich. Obwohl ich hätte auch nicht verstanden habe. Sollte besser mal eine Klappe halten. Präzision und Gratien. Das habe ich jetzt auch nicht kaufen. Ich gebe dafür kein Geld aus. Der rührt gleich selbst ab. So wie ich so ziehe, kriege ich wieder nichts. Guck euch das an, der schon wieder hat. Die kriegen überhaupt keinen Schaden. Achein. Sohle, ich komme jetzt wohl damit rein. und der und der in dem moment sie kriegt das falsch geguckt natürlich kacke ja gut sie hält sich, ist auch schön ich versuche sie zu kriegen den pfannenbänder habe ihn na gut sieht es nicht aus den brauche ich nicht mehr das werde ich verlieren so gepackt wie die sind die kriegt ja gar nichts auf der back na gut habe ich nur noch den nobel war vier dicke ich kriege nicht einen kaputt nein doch die dunkelheit sollte mich fürchten die 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 Komm, gib ihm noch einen Fang, meine Jungs. Komm, gib ihm noch einen Fang, meine Jungs. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Ja, und schläft die zusammengekämpft hätten auch einen. Kleine Chance. Ich habe immer gar nichts. Die Sandro hätte ich gerne. Dann fliegt der raus. Dann geht der auch raus, so. Dann bin ich die 30 voll. Sechs Einheiten. Das sieht nach meiner Wenigkeit aus. Den muss ich behalten für den Nobel Bar. Eiswesen Ritter. Aber kein, kein nichts anderes. Ich kann die ja mal mitnehmen. Dann bin ich am Winter gestählt. Dann bin ich am Winter gestählt. Jetzt gewinnt er. Na gut, der kriegt seine Ult nicht raus. Könnte ich doch noch gewinnen. Den brauche ich. Ansonsten könnte ich mir die mitnehmen. Der war auch gut als zweite Bogenschütze. Der Pfannenwender ist weg. Darf ich meinen zweiten Bogen schützen? Aber der Pfannenwender ist weg. Ich will den zweiten Bogenschützen drin haben. Sieht sehr mager aus bei mir. Sehr, sehr mager. Die werde ich gleich tauschen. Die beiden Ritter hier. Das Ritter Imperial. Und der ist stärker. Ó. Zuunen! Die nehmen wir mit, das war es dann auch schon. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus für mich. Nein, unentschieden. Die ist gut. Die würde ich hier gerne reinbringen. Schade, dass ich den nicht austauschen kann. Aber dann ist mein Nobelbau weg. Und mein Pfannenbänder. Mann. Die kriegt die Träder, die braucht mehr Mana. Den kann ich gebrauchen. Ja. Mehr habe ich nicht. Bis jetzt bin ich noch am zweiten Platz. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ja. Das ist gut. Ja. 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 wieder nichts nicht schön will man gelb behalten wie viel kriege ich zurzeit? 11 hat der einen die da hinten drin stehen lake gohani ja das verliere ich die hat aber kein geld schade das wird die wohl nicht schaffen oder 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 nein kindred wo ist er denn? ein jordel und zaubermeister glaub nicht dass ich damit wieder anfangen kann ja Nein, schaue ich nicht und er hat voll Geld. Na gut, wir sind noch zweiter Platz. Stehen wir euch. Einheiten mehr aufs Feld. Den kann ich mir nicht kaufen. Dann fliegen die raus. Kein Heilmittel für Nacht. Dann fliegen die raus. Ja, das war gut. Wir sind im Krieg, vergiss das nicht. Beste jodl Gestaltwandler. Nö. Outsch. Das sieht nicht gut aus. Drücke sie sofort durch. Das habe ich nicht. Noch ein Fun-Render. Das ist ein Fun-Render. Ich brauche mich, ich brauche mich. Das wird noch raus. Das gewinne ich trotzdem nicht. Jetzt wird hier noch einen Dämon gebrauchen. Da habe ich zwar einen. Ich kriege nicht das, was ich brauche. Die brauche ich auch nicht. Das würde ich auch nicht gewinnen. Das ist ein Fun-Render. Das ist ein Fun-Render. Ne. Das wird ja nichts mehr geben. Das wird doch nichts mehr geben. für die Macht waren Isis Oh Lord Oh, wie kann man das? ach warum habe ich den verkauft, das hätte ich doch gar nicht machen müssen hätte ich doch gar nicht machen müssen kann ich nicht mehr wenden Die kommt raus, dann setze ich erstmal den Tür rein. Und jetzt bin ich tot. Jetzt gibt es nur einen dritten Platz. Schade, schade, schade. Aber trotzdem danke fürs Zuschauen. Macht ein Abo, aktiviert die Glocke. Schau bei meinen anderen Kanälen vorbei. So, ich bin ja doch noch drin. Kein Wild Klinger, Ritter. Das ist gut. Das werde ich nicht mehr schaffen. Das werde ich nicht mehr schaffen. Noch den hier vielleicht. Da ist er. Der nimmt mich mit rein. Noch lieb ich. Noch lebe ich, noch lebe ich bin immer noch dritter Platz. Vielleicht wird es ja noch ein zweiter. Aber ich schätze, wenn ich gegen den letzten da oben spiele, bin ich hinne. Ich hoffe noch, dass ich es noch so einfinde. Eigentlich ja so. Das werde ich nicht schaffen. Ich bin zweiter. Juhu. Ein zweiter ist auch nicht schlecht. Ein zweiter Platz. Ich bedanke mich. 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 Duierst. Ich bedanke mich.